Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist Zeit für einen Fundamental-Check. Mein Name ist Philipp von Modern Value Investing und heute besprechen wir vier tolle Unternehmen. Du siehst hier unsere Watchlist. Wir werden sprechen über BAT, also British American Tobacco, AMD, Apple und BHP Billiton. Also du hast heute Tabak, Chips, Consumer oder Consumer Tech und ja Rohstoffe. All das und noch viel mehr werden wir gleich besprechen. Bevor es losgeht, möchte ich dich um kostenlosen Support bitten. Schau mal hier unter dem Video, könntest du hier Gefällt mir klicken, abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Und wenn du möchtest, schreibe uns gerne einen Kommentar, zum Beispiel Hey Philipp, ich wünsche mir für nächste Woche die Aktie von Spotify. Und mit etwas Glück werde ich dann nächste Woche diese Aktie besprechen. So, jetzt möchte ich nicht mehr lange um den heißen Vorherum reden. Wir sprechen über British American Tobacco und als allererstes wollen wir natürlich uns einfach mal anschauen, wie schaut es hier aus. Und wir sehen hier Wachstumscore 3 von 15 Punkten. Also gut, das haben wir hier nicht. 6 von 15. Wir haben ein qualitatives Unternehmen, das beurteilen wir gleich nochmal fundamental. Und der Dividendenscore 11 von 15, also hier auch schon der höchste Wert. Du ahnst wahrscheinlich schon, in welche Richtung es geht. Die Durchschnittsperformance von British American Tobacco 0,44% in den letzten 10 Jahren im Schnitt. Natürlich ohne Dividende. Aber wirklich viel ist es nicht. Man hätte hier den Markt nicht outperformed. Was sehen wir hier bei der Unternehmensentwicklung? Hier siehst du auch eine wellenförmige Auf- und Abbewegung, was sehr untypisch ist für den Tabakmarkt. Dann gab es hier die große Übernahme und seitdem geht man hier jetzt auch wieder von steigenden Umsätzen aus. Die Anzahl der Aktien, sie ging schön zurück. 2017 die große Übernahme und seitdem eigentlich eher konstante. Man versucht natürlich hier einfach auch die Verschuldung zu drücken. Wir sehen es hier, die Dividende je Aktie, sie legt kontinuierlich zu. Und auch der Gewinn je Aktie ersteigt, weil Fakt ist eins, es gibt weltweit jedes Jahr mehr und mehr Raucher. Die Ausstüttungsquote, sie geht langsam runter, ist aber schon jenseits von 50%. Eigenkapital wurde aufgebaut. Wir oder du wirst gleich erfahren, ob British American Tobacco mit steigenden Zinsen klarkommen könnte. Die Eigenkapitalquote liegt bei aktuell 49%. Die Fremdkapitalquote bei 51%. Und wir sehen hier, British American Tobacco ist es gewöhnt, seit vielen, vielen Jahren hier mit mehr Fremd- als Eigenkapital zu operieren. Die Profitabilität betrachten wir gleich bei Morningstar. Schauen wir uns hier nochmal die Daten an. Und da sehen wir auch hier, Analysten gehen davon aus, die Umsätze sollen zulegen. Das KGV, also mit 11, man zahlt aktuell das Elffache der Gewinne, ist nicht wirklich teuer. Die Gewinne sowie die Dividenden sollen zulegen. Wichtig ist natürlich hier auch nochmal der Disclaimer. Marcel und ich, wir sind über die MVI Holding an British American Tobacco beteiligt. Also was nehmen wir jetzt mit, bevor wir uns die fundamentalen Fakten anschauen. British American Tobacco ist einer der größten internationalen Hersteller von Tabakprodukten. Wir haben hier über 200 Marken. Bekannte sind zum Beispiel Lucky Strike, aber auch Palmal. Und wie es so ist, es ist schon eine große Industrie, eine sehr profitable Industrie, aber auch eine sehr alte Industrie. Und hier haben wir einfach brutal hohe Dividenden. Also liebe Dividendeninvestoren, seid gespannt. Wir schauen uns das Ganze jetzt fundamental an. Das machen wir natürlich wie immer mit Morningstar. Und als allererstes möchte ich natürlich eine Einschätzung nach Peter Lynch vornehmen. Und das macht man am besten mit der Marge. Also wie schwankt die Marge? Und hier schaue ich mir einfach die letzten 10 Jahre an. Und da sehen wir hier ein Margentief von 33,3%. Das tragen wir auch hier direkt ein. 33,3%. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Ich verlinke euch natürlich wie immer auch die Watchlist in den Shownotes. Da könnt ihr euch das kostenlos, aber nicht umsonst nochmal anschauen. 42,4% ist die Brutto. Ist hier, ist das Margen hoch? 42,4%. Das macht eine Schwankung von 27%. Und das bedeutet natürlich erstmal, wir haben hier ein nicht zyklisches Unternehmen. Jetzt ist uns natürlich auch wichtig, wie wachsen hier eigentlich die Gewinne, aber auch die Umsätze. Und es geht sehr gemütlich zu, sehr gemäßigt. Und deswegen haben wir hier meines Erachtens nach ein Slowgrower-Unternehmen. Die Strategie nach Lynch ist natürlich hier, Mensch schaut euch mal die Dividendenrendite an. Und das werden wir auch gleich nochmal machen. Jetzt ist natürlich auch mal wichtig, wie schaut es um die Zinsangst aus. Aber vorher betrachten wir natürlich auch nochmal hier die Tax Rate. Also die ist konstant, völlig in Ordnung. Dann haben wir auch hier, schaut ihr das mal an. Also die Produktionskosten nur 17%, die Brutto-Marge unglaublich gute 82%. Dann R&D gibt es auch nicht mehr so viel. Und auch Marketing muss man gar nicht so viel aufwenden. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr profitables Unternehmen. Wichtig ist jetzt natürlich hier immer die Interest Expense. Das sind die Zinsaufwendungen. Und hier haben wir 1,491. Auch das tragen wir jetzt hier wieder ein. 1,491. Wir teilen das dann natürlich durch das Fremdkapital, weil dann erfährst du natürlich immer, die Zinsaufwendungen, die zahlt man natürlich auf das Fremdkapital. Fremdkapital hier 70,264. Das heißt, wir zahlen 2% Zinsen auf 70 Milliarden Fremdkapital. Das ist natürlich jetzt nochmal schwierig. Sollten die Zinsen ansteigen, auch hier in Europa oder in Großbritannien, und das tun sie ja auch, dann könnte das natürlich zulasten des EBIT gehen, aber auch des Free Cash Flows. Aber der ist natürlich sehr, sehr stark, muss man tatsächlich hier einfach sagen. Es geht hier in die richtige Richtung. Ich würde aktuell sagen, wir haben noch keine Zinsangst, aber sollte es zu einer größeren Zinswende kommen, dann muss man hier natürlich aufpassen, die Verschuldung ist enorm. Jetzt ist natürlich nochmal die andere Frage. Mensch, hier ist schon richtig gut gelaufen alles. Die Dividendenrendite ist sehr, sehr hoch und sie steigt auch. Und die Aktie ist gut gelaufen, aber du siehst es, 0,44% im Schnitt in den letzten Jahren ist natürlich noch nichts. Und deswegen denke ich, man könnte hier aktuell eine Position aufbauen, aber eine kleinere Position unter 3%. Wenn du dich noch mehr für British American Tobacco interessierst, dann schau mal hier auf unsere Webseite, der Link dazu oben rechts, aber natürlich auch in den Shownotes, British American Tobacco, die Aktienanalyse von unserem Analysten Peter und sie ist enorm lang, sie ist sehr ausführlich. Du kannst hier nochmal alles kostenlos durchlesen. Noch nicht mal Werbung schalten wir, das ist einfach nur nochmal ein zusätzliches Goodie für dich. Ich packe dir wie immer den Link auch hier in die Shownotes. Und als nächstes schauen wir uns jetzt an AMD. Und AMD ist natürlich auch immer stark in den Nachrichten, da heißt es ja immer Mensch, sie sind so ein bisschen ähnlich wie Nvidia, aber teilweise gehen sie trotzdem einen anderen Weg. Sie haben jetzt auch Xilings mit übernommen. Wir sehen hier der Dividendenscore, man zahlt hier noch gar keine Dividende. Qualitätscore 13 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren unglaublich. 31,03%. Wachstum ist auch sehr stark, wenn die Xilings Übernahme abgeschlossen ist, hat man hier auch ein, ja wirklich ein Powerhouse einfach, was das ganze Thema Chips, Grafikkarten etc. pp angeht. Schauen wir uns nochmal an, wie ist eigentlich die ganze Entwicklung gewesen. Und schreib mir natürlich wie immer gerne mal deine Meinung auch zu BAT sowie zu AMD in die Shownotes. Hier siehst du es, die Unternehmensentwicklung, also auch hier totgesagte Lehmlänge. Auch hier findest du eine Analyse von Peter auf unserer Webseite und hier die Prognostizierung. Also wir sind hier in einem Chip, super Zyklus muss man tatsächlich sagen. Die Anzahl der Aktien, es gibt hier eine stetige Verbesserung. Ich würde mir langsam wünschen, dass man hier auch irgendwann mal wieder zu Aktienrückkäufen kommt. Dividenden gibt es noch keine. Earnings per Share, auch hier seit 2020 gibt es einen Weg nach oben. Aber Aktionäre, die mussten sehr, sehr viel hier einstecken. Die letzten Jahre Eigenkapital wird massivst aufgebaut. Wir sehen es aber auch hier, die Bewertung ist schon sportlich. Also es gab das ganze Thema AMD auch schon mal günstiger. Wir sehen hier in der Bilanz, wir haben eine sehr starke Eigenkapitalquote von 83%. Demgegenüber stehen somit 17% Fremdkapital. Und seit 2019 hat man mehr Eigen als Fremdkapital in der Bilanz. Die Jahre zuvor, 2007 bis 2018, hatten wir mehr Fremdkapital in der Bilanz. Stark, dass man das so abgebaut hat, muss man tatsächlich sagen. Wir sehen auch hier nochmal, ich bin gespannt, was sagen die Analysten. Analysten rechnen mit massivem Gewinnwachstum. Sie rechnen teilweise auch schon mit einer kleinen Dividende. Earnings per Share soll zulegen. Der Betroffs GF-Score 7 von 9 möglichen Punkten. Der aller Aktienqualitätsscore 8 von 10. Dividenden Adel 0 von 4. High Growth Investing 12 von 16. So, jetzt schauen wir uns das Fundamentale an. Und hier sehen wir natürlich, ja, Margin Low, minus 17,6% und ein Hoch von 22. Und da muss man natürlich sagen, also 22 hatten wir hoch, minus 17,6. Das ist natürlich hier eine Schwankung von 225%. Und deswegen sage ich es hier auch nochmal ganz klar. Für mich ist es immer noch ein zyklisches Unternehmen. Auch ein Nvidia ist für mich ein zyklisches Unternehmen. Und die Strategie bei zyklischen Unternehmen nach Peter Lynch ist Margen tief, Margen hoch. Hier ist einfach wichtig einzusteigen, wenn die Marge unten ist, um dann das volle Katapult mit nach oben zu nehmen. Natürlich werden einige jetzt auch in die Kommentare schreiben, Mensch Philipp, so und so musst du das mal betrachten. Schreib mir es gerne rein. Ich möchte ja auch noch dazu lernen. Aber das sind nun mal hier die Fakten. Wir sehen hier der Free Cashflow auch jetzt endlich seit 2019 positiv. Schauen wir uns hier nochmal den Revenue auch natürlich an. Hier sehen wir, man hat sehr, sehr viele Kosten. Auch bei der Produktion von 100% Umsatz bleiben übrig. 48% nur danach. Danach Marketing, muss man gar nicht so viel machen. R&D knapp 20%. Und hier auch ganz klar nochmal aufpassen, schaut euch das an, die Tax Rate. Man zahlt irgendwie in manchen Jahren gar keine Steuern. Liegt natürlich vielleicht auch daran, wenn man hier Verluste schreibt. Aber aufpassen. Sollte die Stimmung in den USA auch mal kippen und solche Unternehmen werden dazu verdonnert, Steuern zu bezahlen, dann schlägt sich das natürlich direkt negativ auch auf die Earnings aus. Die Financials, das wird jetzt auch nochmal interessant. Wir haben es gesehen, sie sind jetzt eher im Bereich, dass sie mehr Eigenheitsfremdkapital in der Bilanz haben. Und die Interest Expense, ja was ist das hier, 38 Millionen US-Dollar zahlt man auf das Fremdkapital. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Und ich vermute, es wird keine Zinsangst geben. Wir haben hier die Total Liabilities 4,922, also 4,922, ja 0,77% zahlt man Zinsen auf das Fremdkapital. Aber Achtung, das bedeutet natürlich, wir haben, nein, keine Zinsangst. Aber kommen wir zu meinem Fazit. Wir haben keine Zinsangst, ist klar. Aber was mir hier wirklich Bauchschmerzen macht, ist, dass man hier kaum Steuern zahlt. Und die Marge, die Produktionskosten sehr hoch sind, die Vertriebskosten sind sehr gering. R&D 20%, also man muss hier auch immer ewig am Ball bleiben. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist für mich kein Kauf. Ich würde tatsächlich, es ist ja eigentlich auch relativ gut gelaufen in den letzten Jahren, vielleicht mal über Gewinnmitnahmen mitdenken. Wenn ich eine Position aufbauen wollen würde, aktuell sind wir hier an einem Peak, was die Marge wahrscheinlich angeht, kleiner 3%. Ich würde hier aktuell nicht einsteigen. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Und das ist natürlich ein Unternehmen, ja, ich finde es klasse, ich finde es super. und bin auch selber großer Kunde bei Apple. Ich glaube, ich habe nichts von, was nicht von Apple ist, was Technik betrifft. Wachstum-Score 12 von 15 Punkten. Sie schaffen es jedes Mal doch immer wieder zu überraschen. Und hier sagt man auch wieder, Totgesagte leben länger. Die Durchschnitts-Performance in den letzten 10 Jahren unglaubliche 22%. Und hättest du 1980 1.000 Dollar investiert, dann wärst du jetzt auch schon Millionär. Dividenden werden auch stetig schön erhöht. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und auch hier der Qualitäts-Score 13 von 15 Punkten. Also wir haben hier ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Was passiert hier? Die Umsätze, sie legen zu. Der ist ebendlich zu und auch der Gewinn. Hier sieht man ganz klar schönes Financial Engineering. Seit 2012 werden massivst Aktien zurückgekauft, weil man natürlich auch so viel Eigenkapital hat und so viel Cash auch in der Bilanz. Die Dividende wie am Schnürchen soll sie nach oben gehen. Earnings per Share auch hier, es geht hoch. Die Ausstattungsquote, sie sinkt bei 15%. Da ist noch so viel Luft nach oben. Man geht jetzt auch viel mehr auf diesen ganzen Service-Bereich, auf diesen Service-Gedanken. Aber, du siehst es auch hier, das Unternehmen ist doch relativ teuer bewertet. Vom KGV vermutlich aktuell nicht mehr so. Aber hier muss man auch sagen, die Eigenkapitalquote. Es wurde enorm viel Eigenkapital abgebaut. Das sehen wir auch hier nochmal. Unglaublich, seit 2013 arbeitet man hier mit dem Fremdkapitalhebel. Wir sehen bei den Daten auch nochmal, was denken die Analysten. Sie gehen davon aus, dass die Umsätze weiterhin klettern werden. Das KGV soll runterkommen, die Dividende soll zulegen. Und der wird raus. GF-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätscore 7 von 10. Dividendenadel 1 von 4. High Growth Investing 4 von 16. So, jetzt müssen wir natürlich unsere wunderschöne Watchlist hier nochmal ausfüllen. Und da sehen wir hier, die Marge, sie nimmt doch ein bisschen ab. Und wir haben 24,1 als Tief. 24,1. Und wir haben einen Hoch von 35,3. Und das macht schon eine Schwankung von fast 50%. Und ab 50% ist man nach Peter Lynch ja ein, ja, zyklisches Unternehmen. Aber fast. Und deswegen haben wir hier für mich persönlich einen Average Grower. Ich finde, man sollte es nicht mehr, also Apple als High Growth Super Unternehmen betrachten, als gemäßigtes, gesetztes Unternehmen. Aber du siehst auch hier massive Aktienrückkäufe. Payout Ratio kommt runter. Free Cashflow, er schießt enorm in die Höhe. Man hat die Vertriebskosten 58% fressen, die von den Umsätzen. R&D gefällt mir nicht so. Finde ich relativ wenig, nur 6%. Und, aber Werbung macht man gar nicht so viel. Wir sehen die Tax Rate enorm runtergegangen. Auch das wirkt sich natürlich enorm auf die Gewinne aus. Also auch hier nochmal, sollten zum Beispiel, ja, die Taxes, also die Steuern, angehoben werden. Dann dürfte das auch hier ordentlich, ja, den Cash oder den Cashflow, sowie das EBIT von Apple treffen. Schauen wir uns an die Interest Expense. Wir haben 2,7 Milliarden Dollar, zahlen sie auf das Fremdkapital. Und klar, das ist jetzt nicht viel. Aber es ist doch so, sie hauen ganz schön auch die Kohle raus. Und egal, wo der Aktienkurs steht, hier wird immer und immer und immer wieder, werden hier massivst Aktien zurückgekauft. Egal wie steht, wir sehen auch hier das Cash in der Bilanz wird ordentlich abgebaut. 62 Milliarden sind hier noch drin. Die Fremdkapitalquote, also das Fremdkapital, haben wir schon 287 Milliarden. Also 287 912, 287 912 und wir haben knapp 1% Zinsen, zahlen wir auf das Fremdkapital. Zinsangst sehe ich hier noch nicht. Wir haben hier einen Average Grow, das heißt, wir betrachten das KGV. Wir sind aktuell 25% vom 52 Wochenhoch entfernt. Könnte interessant sein, sich Apple mal anzuschauen. Vielleicht werde ich hier mal ein bisschen tiefer reingehen. Meiner Meinung nach ist es aktuell ein Halten. Nochmal tiefer reingehen. 25% vom 52 Wochenhoch könnten eine Chance sein. Depotanteil, wenn man sich wohlfühlt mit einem Produkt, was man eigentlich überall auf der Welt sieht, könnte man sich mir sogar vorstellen, mehr als 3% hier zu investieren. Jetzt kommen wir zu BHP. BHP war mal mit einer meiner ersten Aktien, die ich im Depot hatte. Boah, ist das schon wieder Jahre her. Ein Rohstoffkonzern par excellence mit einer der größten der Welt. Qualitätsscore, 3 von 15 Punkten. Dann haben wir hier natürlich eine Performance, die ist sehr schlecht. Also keine 3% hat die Aktie im Schnitt kurstechnisch zugelegt. Dividende wird hier natürlich massivst bezahlt. Davon leben zum Beispiel auch solche Investoren. Schauen wir uns das mal an, wie sieht das eigentlich aus. Und hier sehen wir dieses typische, zyklische Auf, Auf, Ab, 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 Auf, 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 Auf. Und auch hier die Anzahl der Aktien. Das finde ich sehr gut, dass man hier schön Aktien zurückkauft. Wir sehen auch hier aber die Dividende. Schwank, Auf, Ab, Auf, Ab. Earnings per Share, Auf, Ab, Auf, Ab. Ausstattungsquote massivst wird hier das Geld natürlich rausgehauen, wenn man das Geld zur Verfügung hat. Eigenkapitalquote sehr untypisch für zyklische Unternehmen. 47% Fremdkapitalquote 53. Aber man versucht hier immer so, dass sich das Eigen- und Fremdkapital die Waage hält. Ich bin gespannt, was sehen wir hier auch nochmal. Analysten gehen auch hier wieder von einer Schwankung aus. Sehr schön, das sind natürlich dann auch wieder Chancen, weil es geht hier einfach vom Kurs immer auf Ab. Ab, Dividendeninvestoren, zyklische Investoren steigen hier meist ein bei einem Margen tief. Für Trausky Erskorn 9 von 9. Alle Aktienqualität, Squad 3 von 10. Dividenden Adel 2 von 4. High Growth Investing 0 von 16. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Die operative Marge 8,6 im Low 2016. Und bitte tut mir eingefallen, es ist einfach Fakt. Solche Margen sieht man teilweise auch wieder. Man kann nicht immer sagen, nein, das haben wir nie wieder gesehen. Aber wenn du natürlich der Meinung bist, dass das so ist, dass man nie wieder solche tiefen Margen sehen wird und eine Schwankung von 462%, die muss man erstmal aushalten. Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Zyklisches Unternehmen, wir kaufen bei Margen tief, verkaufen bei Margen hoch. Ich bin gespannt, wie sie mit den Schulden klarkommen. Wir sehen die Anzahl der Aktien, wie gesagt, sie sinkt. Die Cashflows auch stark schwanken. Wichtig ist hier immer mal auf den Buchwert zu schauen. Aber auch der wird hier nicht erhöht. Die Tax Rate sehr, sehr hoch. Über 40% bezahlt man hier. Man hat starke Vertriebskosten, also Herstellungskosten. R&D investiert man nicht. Ein bisschen in den Vertrieb. Aber das meiste geht hier einfach auch mit diesem Payout Ratio dann immer an die Aktionäre. Schauen wir uns nochmal die Interest Expense an. 979. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da noch rauskommt. Das Fremdkapital zu finden hier auch im Balance Sheet. Unter Total Liabilities. 57663. 57663. Zack, 1,7% zahlt man Zinsen. Finde ich schon relativ viel Arbeit. Zyklische Unternehmen wissen eigentlich, wie man mit Zinsen umzugehen hat. Trotzdem würde ich sagen, Obacht, behalte die Zinsen im Auge. Die Aktie ist schon gut 27% vom Wochenhoch weggekommen. Wenn man tiefer eingestiegen ist, ist meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Rohstoffpreise sind sehr hoch. Eine Depotgewichtung würde ich immer weniger als 3% halten. So, jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Was hältst du von Bud, AMD, Apple, BHP? Schreib mir doch gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Oder auch einen Wunsch für nächste Woche. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de oder auch in den Show Notes.